Hörst du das auch? Was denn? Na das! Sie hören wohl schon Geister. Hast du das auch gehört? Was kann das nur sein? Bewach die beiden. Scotty, wir sollten lieber verschwinden. Ich sagte, bewach sie. Setzen Sie sich hin! Wer immer ihr seid, es ist besser, ihr verschwindet, kapiert? Wir haben Geiseln hier drin. Wie ihr wollt. Ich komm und hol euch. Das ist kein Spaß. Ich meine es ernst. Ich schieße! Warte. Magira! Ja! Lass, Nabiri, raus! Was ist denn da draußen los? Komm, fessel das Kind. Wir hauen ab. Was? Ich sagte doch, wir hauen ab und sie kommt mit. Nein! Du hast sie nicht alle. Draußen wartet ihr Freund mit seinen Raubtieren. Ohne das Mädchen kommen wir hier nicht raus. Nein, Scotty. Das Spiel ist aus. Nabiri! Das wollen wir doch mal sehen. Bewegt euch, alle beide.